Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ein Stream-Highlights-Video und nach diesem Stream nehme ich das Ganze jetzt hier auf. Es war geisteskrank, meine Stimme ist kaputt. Wir haben so viele Team-Off-The-Seasons gezogen, jetzt schon im Voraus, Leute, das war der krankeste Stream bisher, würde ich sagen. Wir haben über 40 von diesen League-A-Player-Picks gemacht und einen Mid-Icon-Pack-Roulette gemacht, oder wie man das auch immer nennt, also einen Mid-Icon-Pack gezogen und 40 von diesen League-A-Player-Picks und Upgrades. Das war geisteskrank, Leute, ihr seid so eskaliert. Danke für diesen Support. Wir waren teilweise 1500 Zuschauer, Leute, das war geisteskrank. Falls euch das Video gefällt, würde ich mich natürlich auch wieder über ein Like freuen, Leute. Abonnieren nicht vergessen, ihr wisst Bescheid. Checkt wie immer sehr, sehr gerne den Booster namens Empogy ab, nicht nur die besten und die günstigsten, sondern auch die mit den besten Inhaltsstoffen. Also wirklich lohnt sich da mal vorbeizuschauen, mit maximal 5 bekommt ihr 5% Rabatt. Von da ist das alles gesagt und ich kann nur sagen, viel Spaß mit den Stream-Highlights. Es war geisteskrank, let's go. Und ja, beim ersten Pick habe ich ein bisschen die Elgato zu spät angemacht, aber egal, das Pack ist drauf. So, ich habe erstmal vergessen, Aufnahme zu drücken. Let's go. Wir haben schon den ersten Tots. Den guten Mandanda. Also für den ersten Pick, Leute, das ist gut. Das ist gutes Fahrwasser, das ist gutes Fahrwasser, muss ich ganz ehrlich sagen. 4 für Heiko Westermann, 4 für Ramsu, 4 für Lifestyle. Okay, wir machen die 4, Leute. Wir machen die 4, ganz einfach. Und ich würde sagen, wir nehmen mal 1, 2, 3, 4. Quick Math, man kennt es. So, die Nice haben wir uns noch nie im Stich gelassen. 3, 2, 1. Let's go, Alter. Let's go. Aua. Aua. Wichtiges Ding. Guter Spieler. Guter Spieler. Wichtiges Ding. Der Aua ist doch geil. Der ist doch über 2 AK wert, ne? Junge, die gönnen. Die gönnen die Packs. Ich bin ehrlich. Hey, Junge. Geil. Geil. Über 2 AK, ne? Okay, die 18 für Petersen. So, wir sind jetzt, ist die zweite Seite, ne? Erste Seite, zweite Seite. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 3, 2, 1. Let's go. Nichts Petersen. Du hast uns immer Glück gebracht. Du hast uns immer Glück gebracht. Mein Gott, ich habe gedacht, dass Blau wären Tots. Ich habe gedacht, dass Blau wären Tots, Leute. Ich bin ehrlich. Okay, die 30. 3, 2, 1. Abfahrt. Boom. Dritter. Dritter. André. Der André, Junge. André, was geht's? Der kostet auch nicht viel, ne? Ich glaube, der kostet nicht viel. Ich glaube, 38. Ach, du heilige. Was? Aber trotzdem, ey, das ist so eine gute Quote, was wir haben. Ich mache ernst. Ich mache ernst. Für Oseman, die 7. Junge, ich habe das Trikot an. Ich öffne es mit dem Kombi. Es kann nichts Besseres werden. Es wird die 7. Es wird die 7. Warum kann ich es nicht drücken? Warum kann ich es nicht drücken? Jetzt. Der macht ja richtig Terror. Oseman hat die Trikot Nummer 7. Kombi hat 5 Buchstaben. 7x5 ist 35. Du hast 2 Nice-Lampen. Hat 4 Buchstaben. 2x4 sind 8. 35 minus 8 sind 27. Die Quersumme aus 27 ist 9. Neunter in der Liga A. Gut. Junge, das passt ja denn wie sonst was. Also okay, die 9. 12, 11, 10, 9. Okay, wir machen die 9. Let's go. 3, 2, 1. Abfahrt. Abfahrt. Deadshot. 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 Was? Was? Deadshot, Junge, was ist denn mit dir? Renato Sanchez, 94er. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der ist so geisteskrank gut. Der ist so geil. Junge, GG, Alter. Wir gehen rein. Nächstes Mal. Ich öffne jetzt einfach random was. Wird eh nichts drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Als ob wir hier den Sanchez doppelt ziehen, Leute. Ich werde nicht mehr. Was ist das denn hier? Was sehe ich hier? Oh mein Gott. Jetzt. Wisst ihr was, Leute? Für den Flex. Ich nehme jetzt hier Sanchez mit. Ist mir komplett egal, ob ich den doppelt habe. Und nicht für den Flex. Ich habe jetzt zweimal Sanchez. Guckt euch das einfach an. Als Duplikat. 15. Osiman, das wird wichtig. Wir lassen das Trikot mal öffnen. Let's go. Osiman, ich will eigentlich nur Osiman. Osiman, 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 Osiman Trikot. Slimani ist ein guter Totz. Slimani ist der nächste Totz. Es ist gut, dass ich den vorhin bei Sanchez nicht mitgenommen habe. Gut, dass ich den bei Sanchez nicht mitgenommen habe. Let's go. Let's go. Wir haben sechs Totz gezogen. Die sechs habe ich noch nicht gezogen. Was ist das denn? Zwei, vier, sechs. Okay, wir öffnen die sechs. Let's go. Drei, zwei, eins. Was ist hier los? Was ist hier los, Leute? Was ist hier los? Ich fasse es nicht. Die haben wir auch schon doppelt. Was ist das denn? Wir ziehen so kranke Spiele. Wir ziehen so kranke Spiele. Mann, was ist das? Wie geisteskrank ist das bitte? Weltklasse. Guckt euch einfach mal die Duplikate jetzt an. Was ist das eigentlich für ein absolut geisteskrank, weirder Flex? Was ist das für ein weirder Flex? Awa und Renato Sanchez doppelt zu haben. Das ist doch geisteskrank, Alter. Sind da vier drin? Ja, oder? Da sind vier, oder? Fünf. Oh, das war es komplett. Warte mal, das war jetzt er hier und der hier hatte ich, ne? Okay, wir hatten drei jetzt. Okay. Drei, vier. Das ist der nächste Totz. Leute, das ist der nächste Totz. Will ich hier bloß mal ganz kurz sagen, wir können, wie viel Totz ziehen wir hier aus diesen Packs? Es ist geisteskrank. Es ist geisteskrank. Die haben wir als Duplikate. Wir haben hier einen Renato Sanchez und Awa einfach als Duplikate. Die sind... Ich hätte gerade fast mal trinken genommen. Acht. Wir haben acht Totz bisher gezogen. Acht Stück. Und das sind jetzt erstmal die ersten 30. Geisteskrank. Zierich. Tschüss. Klostermann. Renato Sanchez. Guckt euch die Werte. Let's go. Weg, weg, weg. Weg. Wir gehen erstmal auf Icons. Wo ist, wird denn das hier eingestellt? Ne, bei Liga, ne? Irgendwie Lost, Alter. Hashtag Lost mal bitte rein. So. Ach du Gott, wie viele Icons haben wir denn hier schon? Das wird doch eine Zitter-Party. Ich sehe doch das. Und den ziehe ich safe doppelt. Ich sage es euch. Soll ich die Leihspieler weghauen, damit die nicht doppelt angezeigt werden? Ich glaube, ich haue die Leihspieler weg. Und ja. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Wir sind auf dem Bronzepack auf. Soll ich das so öffnen? Ne, alles gut. Okay. Okay, let's go. Ich mache es auch ein bisschen schneller dann. Wie gesagt, wir gehen erstmal auf Ungarn. Entspannt. Let's go. Ich mache das nicht mehr mit. Ich mache das nicht mehr mit. Ich sage es euch ganz im Ernst. Ich mache es hier nicht mehr mit. Holt mir wen anders her. Der öffnet hier das Ding. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wir hatten Argentinien. Wir hatten England. Wir hatten Deutschland. Wir hatten Italien. Portugal. Spanien. Es kann nur Niederlande. Brasilien. Frankreich sein. Niederlande. Frankreich. Brasilien. Verteidiger. Wen gibt es da? Raikard. Wermüll. Und Comen. Also wenn jetzt hier was kommen würde, würde ich auch nicht feiern. Würde ich auch nicht für. Würde ich auch nicht fühlen. Wir gehen rein. Verteidiger. Für Aufnahmen geht der klar. Für SPWs geht der klar. Ihr wisst, den kannst du das nächste Mal gegen mich aufschreiben. Ich werde dem nächsten SPW einbauen. Comen. Ja. Wie viel kostet denn der? Obwohl der kostet 200k. Der kostet 200k. Ozyman hat Rücken Nummer 7. Ozyman für 7. Warum habe ich in jedem Pack, in jedem Pack, in jedem Pack einen Tots? Warum? Das wird ein R3 Pack. Wir machen alles aus. Was sehe ich da als erstes schon wieder wirklich? Ikadi ist es schon mal. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Das nehmen wir mit. Ikadi ist okay. Wir gehen weiter. Eins weiter. Rudi. Was haben wir für ein geisteskrankes Pack-Lackier? Das ist doch nicht mehr normal. Ach komm. Nice Lampenpack geht eigentlich immer die zwei. Let's go. Ich schäme mich. Ich schäme mich. Ich schäme mich für dieses Pack-Lack. Das ist geil. Das ist krank wie viel wir ziehen. Die drei. Okay Paul, machen wir für dich die drei. Let's go. Was ist das denn hier, Mann? Letzter Player Pick. 3, 2, 1. Leider zum Abschluss kein Team of the Season. Das ganze Jungs will ich auch nächstes Mal auch nochmal machen. Also das hat echt Bock gemacht heute. Und danke für den ganzen Support. Bis dann. Danke für den Support. Danke, danke, danke. Bis dann. Wiederschauen und reingehauen. Und einJings Jetzt bin ich viel inne. Bitte. Bis dann. Danke. Danke. Wiederschauen. Danke. 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 -